Hallo Eisbären-Fans! Seit dem 1. März könnt ihr eure neuen Dauerkarten bestellen. Falls ihr das noch nicht getan habt, hört euch jetzt die Vorteile an, von denen euch Gordi und Teesia erzählen werden. Boah, die cooleste mich mal wieder mit dir nochmals, das ist immer wieder geil hier. Ja, ich sag's dir, mach's weg die letzten 50 Jahre und hol dir eine Dauerkarte. Ja, aber mein Problem ist, ich kann nicht immer und so viel Geld auf einmal, ich weiß nicht. Dann findest du Geld, dann kannst du deinen Rat bezahlen und wenn du noch nicht kannst, findet sich immer jemand, zum Beispiel Manne, kannst du dir die Karte geben. Und andere Vorteile gibt's auch noch, oder? Was? Der Preis wäre der Catering, beim Merchandise gibt's Rabatt. Die Playoffs sind mit drinne und nicht zum ersten European Trophy. Oh, mit Jimmy. Mit Jimmy? Ich glaube, dann hol ich mir mal eine. Und das Beste ist, wenn ich nicht werbe, bekomme ich noch 10% Rabatt auf meine Dauerkarte. Also hol ich eine Dauerkarte jetzt. Also nochmal zum Mitschreiben. Alle Hauptrundenspiele, Playoffs-Spiele, European Trophy, Merchandise-Rabatte, Catering. Wenn das nicht genug Vorteile sind für euch, dann kann ich euch auch nicht helfen. Und es gibt auch noch eine Belohnung für Dauerkarten-Inhaber. Also, geht, kauft eure Dauerkarten und viel Spaß. Ich hole mir jetzt die Dauerkarte. Ich hole mir jetzt die Dauerkarte.